Was geht? Wir sind zurück beim LOL. Das gab es ja schon lange nicht mehr. Ah und es geht schon los. So, oh, tschak, so, tschak, tschak. Der lieber Winter ist natürlich auch dabei, der hält sich jetzt ganz schön ruhig. Hi Leute, ja, ich hab doch gewartet, dass du mich ansagst. Ach so, da warte der ganz brav, warte der. Ja schon. Ich bin mit Winter standardmäßig immer Bot. Ja, ein bisschen ein Drink Team, Bot. Müsstet ihr eigentlich schon kennen, haben ja schon ein paar Videos aufgenommen, wir zwei. Momentan kommen wir eher selten dazu. Entweder habe ich keine Lust oder Winter hat keine Zeit oder ich habe keine Zeit. Also ich habe momentan eigentlich immer Zeit. Ja, aber ich habe keine Zeit. Kein Problem. So. Nee, aber seit wir Ranked spielen, sind wir Bot auch wesentlich besser und seitdem haben wir auch noch keinen LOL aufgenommen, in dem wir beide Bot sind. Ja, mal schauen, ob es jetzt Fluch oder Segen ist, ne? Ja, du meinst Vorführeffekt. Ja, genau so. Ja, wir sagen jetzt, wir sind cool und geil, aber wir sind lame. Wir haben nur gewonnen, weil wir immer gezogen wurden. Mal schauen. Also im normalen Spiel ist es standardmäßig so, dass wir Bot lane dominieren. Wahrscheinlich werden wir jetzt total abkacken, weil ich das gesagt habe. Ja. Vorführeffekt halt. In Ranked ist es da eher 50-50. Wir dominieren oder wir kacken ab. Genau. Ich versuche jetzt wieder öfter aufzunehmen. Ich weiß, das habe ich schon öfters gesagt. Mehr LOLs sollen schon kommen. Ist ein geiles Spiel. Bloß regt mich der Startbildschirm dermaßen auf. Ich weiß nicht, was du dafür ein Problem hast. Ich habe echt keine Ahnung. Ich logge ein. Da geht alles. Und sobald die Warteschlange vorbei ist, kommt der schwarzer Bildschirm standardmäßig. Ja, ich weiß, wo LOL eigentlich starten sollte. Genau, und da bleibt es schwarz. Ja, eben. Wenn ich in Taskmanager gehe, dann steht keine Rückmeldung. Dann kann ich den ja schließen über den Taskmanager. Und dann, wenn ich dann wieder starte, dann kommt das selbe Problem. Das war jetzt viel Schaden auf einmal. Plötzlich hat er dann nur noch ein drittel Leben. Ja, aber ich hatte das noch nie. Gleich sein. Ja, das habe ich jetzt gestern gar nicht mehr gehabt. Gestern habe ich ewig viel gesuchtet. Heute habe ich es wieder gehabt. Ja, gestern habe ich auch ein Spiel gemacht. Oh, du Rude. Das gehört mir da, du Rude. Ah, scheiße, Braum. Braum wird schwer. Ja. Also Braum wird wirklich schwer. Ah, die haben hier gewartet. Letztens haben wir ja Dings gehabt. Oh, wer war das? Das war so geil. Die Nami. Ja, genau, die Nami, die war so squishy. Die haben immer... Ich schaue auf dem AD Carry, sind wir immer auf die Nami gegangen. Ja, ja, die hat so viel Schaden gefressen. Die war instant tot und dann ist der AD Carry, ich weiß gar nicht, wer war. Das war jetzt natürlich zurückgegangen, weil das war zwei gegen einen. Ja. Ja, genau. Das ist gut. Lass es. Wie er sich schlagen lässt. Der hat nicht einmal zurückgeschlagen. So. Einfach mal drauf, oder? Den haben wir ein bisschen Schaden. Hauptsache, irgendwie verteilen. Wir gehen jetzt richtig aggro vor, solange der Jungler noch low ist, ne? Ja. Wer ist eigentlich bei den Jungler? Ja, die kriegen. Ja, die kriegen. Bei denen ist wahrscheinlich Schako Jungler, oder? Warte, 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 warte. Poppys Jungler. Poppys Jungler? Poppys Jungler. Habe ich auch noch nie gesehen. Na, cool. Den AD Carry, Braum Support und Kogma ist Mitte. Api Kogma übrigens. Api Kogma. 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 Ja, dann passen wir mir ein bisschen auf, ne? Oh, daneben. Ja, ich habe sie noch gekriegt. Weil, ich glaube, die haben bei der Leona das Sonnenlicht ein bisschen besser gemacht, oder? Das leuchtet jetzt plötzlich so groß und hell. Keine Ahnung. Ich spiele Leona gar nicht, also. Ja, gut Job. Und schon, komm schon. Ja. Haha. Geh du dann gleich zurück. Geh du dann gleich zurück. Nicht, dass du schon zurück. Ja. So, bis jetzt hat sich Winders vor Prophezeiung bewahrheitet. Wir sind gut. Äh. Wenn es nicht so wird, Flames Windern nicht mich. Was? Oh, darf ich helfen? Ich bin so schlecht im Last Hitten. Das gebe ich offen zu. Ich bin voll Idioten. Ja, da hörst du mich. Ich caret dich. Doch mich tötest du die ganzen Champions. Brauchst du keine was ein. Ja, aber. Wie viel haben. Ja, nicht vergessen hier. Lassen wir mal Outfit. Okay, sie hat 10. Ich hab 20. Doppel so viel. Ja, sie konnte auch gar nicht farmen. Ich meine, wir hatten sie bereits nach der ersten Auseinandersetzung an den Turmen gedrängt. Der Turm tötet die ganzen Minions. So viel Schaden macht sie noch nicht, dass sie den Turm die Minions weg tötet könnte. Ja, gut, das stimmt auch. Und du konntest die ganze Zeit Minions farmen. So, siehst du aus und bekommst du eigentlich nicht bekommen hast. Ich gehe gleich mal hier oben. Gleicht sich dann wieder aus. Ich weiß nicht, ob sie mich gesehen haben. Ich komme mal von hier hinten, gell? Ich glaube, die haben da geworden, oder? Ich weiß nicht. Ich setze da mal ein Wort. Haben ja eh keinen Drucken momentan eigentlich. Nein, solange Popping nicht kommt. Eigentlich eh alles ganz easy. Ich hab schon 1500. Kannten wir eigentlich das. Big Fuckings Word holen. Vielleicht, weil wir jetzt mal ein bisschen näher hier. Ich glaube, dann haben es gewohnt. Jetzt wissen sie, dass du brauchst. Eh, ja. Wie wollte ich das Geld holen? Ja, wenigstens bekomme ich das Geld auch. Ja. Oh, da hat er mich getroffen. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, mal ein bisschen aufpassen. Die Popping war schon viel zu lange nicht mehr da. Hier wahrscheinlich jungeln. Also hat sich eine Runde gemacht und hat dann zurückgegangen. Oh, ich habe mir jetzt den großen. Ein bisschen laues. Der war die meisten Geld. Und jetzt 41. Wo es läuft. Jawoll. Ich bekomme doch noch was zustande. Ein paar Minions kann ich doch noch können. Na, ich sehe das leider nicht. Ich sehe nur, dass ich sterben, ob du die kriegst oder die Hände. Das weiß ich nicht. Okay. Wir haben jetzt auch den Vorteil, das ist ja Teamersteller. 5,5 normal, kein Ranked. Also ganz locker. Und wir haben den Vorteil, wir können ja miteinander kommunizieren. Direkt reden und redet, man redet ja schneller als man schreibt. Diese kleine. Ja, okay. Intimersteller kann es aber auch ein Nachteil sein, dass wir nur zu zweit sind, weil da könnten wir auch plötzlich auf ein Fünfer-Team treffen, die üben wollen. Ja, genau. Das stimmt natürlich auch. Also es kann eigentlich immer passieren. Nein, ich habe Braungistan auszusehen. Ach, ich habe sie auch. Die ist jetzt ein bisschen low. So. Wahrscheinlich kommt jetzt bald wirklich die Poppy, weil die wird dann bot babysitten. So wie wir die in den Griff haben. Ja. Ich hoffe, das wird ein Wind, das wäre eine coole Aufnahme. Ja, also, den hatte ich schon wieder ab. Die kriegt dann, die fällt jetzt noch mehr zurück. Du bist schon Level 6. Ich auch. Ja, stimmt, ich bin ja schon mal zurückgegangen. Die Erfahrung fehlt mir von zurückgehen. Ja, ich werde jetzt so lange bleiben, oder? Bis ich 3000 habe oder so. Ach das. Ich habe jetzt 2000. Oh, ich bin so ein scheiß Wichse. Ja, 42. Aber der Braum, der ist auch nicht gut. Also der hat mich noch kein einziges Mal, glaube ich, getroffen. Mich hat er schon vier, fünf Mal getroffen. Aber ich muss zugeben, ich weihe auch nicht extra aus da jetzt. Besser ist es, er trifft mich als dich, oder so. Ja, klar. Du bist ja mein Supporter. Dein Tank. Mein Tank. Oh, jetzt hat er getroffen. Jetzt hat er getroffen. Jetzt habe ich es verschrieben. Ja. Oh, mein Wart ist weg. Wir müssen aufpassen. Äh. Der ist ein Neuen. Die Ulti vom Braum, ne? Die ist ja richtig. Stunmäßig. Der hat da nicht gehört. Den da. Aber hat ein bisschen Schaden, ist doch egal. Ach komm, der hätt sterben können. Ja, die Poppy hat sich noch nicht blicken lassen, ne? Ne. So, ich hab Ult. Ja. Ja. Nein, mein Stil. Egal. Ja. Ah, die war echt noch nicht da. Ränger rift das Mitte aus. Hauptsache die ist tot, weil dann bekomm ich, weisch, Gold und Erfangen. Hm. Weil Braum, äh, ein Gefühl der Braum, der macht mein ich nicht so viel schon. Ne, nicht so. Ja, jetzt endlich. Guck mal, wo die Augen guck mal, hat noch die Lysandra erwischt. Poppy ist übrigens top. Ach so. Ja. Machen wir mal ein bisschen Schaden umführen. Uh, da hat er uns getroffen. Oh. Das ist angeschossen. Ne, ich hab ihn angeschossen. Ne, ich hab ihn angeschossen. Ne, aber ich hab ihn halt dran. Ich muss dann eh noch mal zurück. Ich hab nämlich kein Mono. Die Figuren lassen jetzt schon. Ey, der Braum geht auch zurück. Ich hab's gehört. 2,6 mach ich. Ich mach noch die Wave. Hey, jo. Warte, ich glaub ich dir. Nein. Dann glaub ich dir halt die 9. Doch. Haha. So. 2,7 hab ich, das kann sich sehen lassen. Ja, ich hab jetzt 1,3. War aber auch schon einmal zurück. Na gut, musste ich aber auch irgendwie wegen dem Wort. So, das ist schon der nächste oder genau. Dann kann ich jetzt das sie kaufen. Verkaufen,RO Maler. Wär kaufen, baut und baut. Kaufen, baut und baut rein. Vier kaufen, baut. Kaufen, also die恃, baut. Ja, das geht 8 прос美, baut und so, contribute. hier geht es zweimal auf magisch und der ok eigentlich einmal support einmal magisch und dreimal ad weg wo es wird zu schön gewinnen macht und copy was copy jetzt zu langsam ich habe gebrochen jawohl das war übelgeil gegen drei gekämpfte aber ich muss sagen mein blitz der war auch gut weil da hat die poppy richtig bullshit gemacht die hat mich zum unseren tower gestoßen sie war echt bescheuert als sie in unseren tower eingelaufen ist die hatten die war wahrscheinlich zu 100 prozent sicher dass sie mich kriegt ja die regen sich über kopf mal auf ganz ehrlich die ich sollte die gegner sollten sich lieber über uns gedanken machen ich glaube nämlich du bist mittlerweile auch schon ein bisschen gefiltert ja komm komm kriegst du einen kill jawohl oder auch nicht egal kommst du dann habe ich einen Umbotank die dir einfach keinen schaden an mir gemacht hat die Kärte nur zur zum der effekt jawohl also bin dort nicht zu viel versprochen ich könnte ihnen ein küsschen aufs bäckchen geben ja wir sind halt einfach wirklich ein green team ja wir kennen uns schon so lang ich weiß wir wissen wie wir spacken ja wir wissen genau wie wir drauf sind wir sind aufeinander angestellt wir müssen wie wir denken wenn ich jetzt denke ich könnte den kriege ich hier mal drauf in dem Moment geht er seine Fähigkeit zu wirken und schießt schon drauf so ungefähr ist das gehört was war das eine LKW hat gehupt achso nein habe ich nicht gehört na gut so jetzt können wir eigentlich noch mal mit dir ein bisschen aushelfen auch äh soll mal oder noch ein bisschen bot pushen mir das gleich ok wir könnten eigentlich bot noch einmal die weg machen ok ja gut guck mal müssten wir auch mal küln der hat 3-1 der soll mal ja geh mal ok geh mal na der zieht sich jetzt zurück ja da nein da ist er warte wir kommen von oben braun kommt wo der wurde ich bin zu langsam ich komme nicht hin also du bist mehr gefiltert als er aber kein gegnerische wasser äh bot fehlt ich habe braun da gerade da gesehen ja braun ist da und da hat mich ja da erwischt dragon ist immer noch ab da äh ey da komm guck mal wenn es ihn erwischt ist gleich darauf ah da poppy was poppy hau 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 da ist er nicht da ist er nicht so ich muss zurück mach das ich bleib ein bisschen bei dem Levertel hier ich bin hier ok ich kann mir noch nix kaufen ich habe mich angelogen geh mal bot und boah ich hab blue und red geh mal bot und äh hol dir die Minions ja ich bin schon unter rechts mit 435 oder soll ich euch mitbehelfen oder soll ich euch mitbehelfen oh scheiße ich hab dich doch nicht ah da komm ich nicht ich komm nicht mehr zu dir egal da kann mich nicht töten da der hat schon abgelassen so gut ihr den Minions ah jetzt hat er nicht echt noch erwischt mit dem sechler äh geht echt weit ich habe ja jetzt selber auch guck mal gespielt gell in der champion runde jo der ist ganz nice eigentlich ja ich kann ihn überhaupt nicht spielen nicht ich hab einen dauernd an höherem sterben wie spielst du ihn adi oder ap adi hab ich mir gedacht ich hab mir gedacht ich folge einfach mal der Masse ok ich spiel ich persönlich spielen lieber auf magischen Scharben so jetzt holen wir uns auf den Raum witzende boah hast du den heal gesehen ne ich hab Rengar gerade das Leben gerettet aber ich glaub ich ich gehe mal zurück also wir sind eindeutig besser gefiedert würde ich mal behaupten wo was machst du wo das der Dauert ah was alleine gegen drei oder was ja die äh fragt uns auch was macht ihr denn scheiß ja die wollte unbedingt äh braun killen wusste mir sowieso nein ne Caitlin Caitlin wollte sie killen Entschuldigung die ist zu gierig die darf nicht so gierig sein ja dann bin ich bisschen vorgelaufen dann kommt die Papi von der Seite ja dann sind sie alle drei auf mich ok 4 1 egal ich wollte eigentlich zu null spielen aber ich bin ich kann auch zu null spielen ne aufer schreis nicht so dass ich könnte ich habe es ja noch nur gibt es wieder 100 gold glaube ich 150 wieviel bringt ein Tower 100 unser Team hat einen Turm zerstört das finde ich toll so ich bin da jo da oben sind äh Kogma und Caitlin holen wir sie uns oder ja aber erst auf Kog erst auf Kogma oder auf Kate mir egal ich glaube Kate ist schneller tot aber die ziehen sich zurück ja der Ringer kommt hm ein Wort reingesetzt ähm Poppy und Braum sind Bots ist es mit oh nicht dass sie top gehen haha ja genau die sind echt top gegangen ich gehe mal helfen oder ja wir versuchen es zumindest ja der kommt weg der kommt weg ja hey wir könnten warte 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 wir könnten uns hier verstecken vielleicht kommen sie hier vorbei wer weiß wer weiß wer weiß ah da kommt der Chaco ne nein er hat nur gewartet der ist ja standardmäßig er ist gewartet ok ich glaube die gehen weg äh na nein die Lysandre die Lysandre die Lysandre die Lysandre die Lysandre laufenden ihre tot wieso der kopf war ich komme gleich die war gut gesetzne weiß super gesehen hast du schön in den tod getrieben aber diese andere ist tatsächlich noch an Schakko gestorben ja dieses Tod weiß nicht der Schakko war wahrscheinlich hier irgendwo in einem Doppelstück drin warte vor dem Tod oh gut schon ja also wir machen ein gutes Spiel das muss ich zugeben das könnte man top durchpushen der Rangor ist ja auch da ja wieso machen wir das nicht so ich hab sie ich muss sie raus aus dem Flut lassen wir mal den Winter bisschen fiegen damit der Tank noch stärker wird 5 kills fast soviel wie du das war ein Fehler von Rangor komm ab ja ihr seid nicht der Porn da links ist ja gewartet hier willst du ein Wort ja den mach mal da ist er so jetzt muss ich mal zurück ich hole mir noch ein bisschen 2000 Gold aber ich glaube ich gehe mal zu Lysandra und helfe ihr weil ich ich glaube die werden sich wieder töten lassen aber habe ich zu Speck geschalten holt ihr den auch noch aber die Lysandra ist wieder mein Papier aber ich hab kein Mann mehr ich hab kein Mann mehr kann ich es dann fuck die hat es auf dich gesetzt ja ich lauf ja nein äh toll shit oh man wie ich vom Busch zu Busch ran ich geh jetzt ich muss jetzt echt mal die wär so gestorben wenn ich maler gehabt hätte ja wenn sie die unten nicht auf dich ja egal auch zwei kann sich sehen lassen ich hab immer noch nie du Spaß du hast noch zu Null das glaube ich muss ich ändern ja äh bitte nicht bisschen friendly fire ja das wenn gehen würde würde ich dich anzeigen wegen cheating also anzeigen bei der Polizei nein reporten jetzt ja aber reporten heißt es glaube ich sogar anzeigen oder im deutschen ja oder ist es nur melden report anzeige oder weiß es nicht keine ahnung wir sind englisch dümpel engler killt gerade die caitlin also die caitlin haben wir echt gut zurückgeschlagen die aber der kopf mal ja ist zu viel gefiltert die lissandra ist ein bisschen schlecht hier da zurück 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 ja ich so ab auf den turm so einfach auf den turm drauf ja ich hau ihm auch noch eine rein so nebenbei so wenn ihr jetzt mal ein schirm weg würdet krieg ich ja vom turm na hatt ich nicht gedacht so Alter wie viel jetzt sein ist einfach neus wir könnten uns schakow holen ja holen wir schakow wir sind die sandra wird wieder sterben äh bin ich jetzt gerade in eine falle rein da ist kein wort ja Mist weil ich in die falle rein bin es schakow zurück ja und du kriegst ihn noch wo ist er denn ach ich hab kein ding bereit so jetzt machen wir ein bot äh top tower oder ja wieso nicht dränger äh drängt kopf mal zurück aber raum ist hier schildfeuer gesetzt ach das kettling doch das popi du bist echt ein geiler tank das muss man schon sagen so geh mal zurück ich hab genug gold ok geh mal zurück so ja lissandra feedet halt popi ne ja die sandra ist einfach nur ein schlechter spieler glaube ich aber was soll's wir machen das schon weg ich brauche jetzt ein bisschen angriffstempo ne ok so da der ich muss jetzt da schnell machen äh ja hol dir die minions jo so äh da wird wieder hart geschrieben äh ja aber man muss auch sagen also ganz ehrlich das ist einfach ein schlechter braun finde ich im vergleich zu den die es ähm oder zu vielen die ähm brecht so anzutreffend sind das ist die caitlin so ich komme zu Mitte ok dann warte ich noch ein bisschen da sind jetzt nämlich irgendwie drei Mütze nö ich bin gleich da wir können uns Chaco wiederholen müsst ihr Chaco holen ja der ist alleine oder warte wollen wir uns lieber caitlin und ja gut gehen wir hoch ja gut ich muss Mitte bleiben ich muss Mitte bleiben ja dann pass auf die lissandra auf ja deswegen meine ich ja bisschen babysitten hier ah der ist die caitlin hi little guy hey girl guy ja das ist wahrscheinlich ein guider wo ich gut ist er oh da ist braun der Chaco ist uns abgehauen komm zu dir raum in the bush wo da oben da oben da oben bist du aber jetzt ist doch eigentlich egal hier ein wort hier für dich so ich habe den jetzt schon gefunden drei machen wir schnell dragon hier hier mach mal dragon hey da ist jemand im büsch holen wir sie ey ich habe die caitlin pop mal haut ab also gib mir einfach auf den Raum oder bleibs da nein ich habe keinen ding flip fuck ich konnte mich nicht entscheiden was ich habe ich habe ich habe gesagt ich habe ich habe ich habe es nicht das ist wenn ich das der der töten komm schon ein angriff auf ok drache wollten ach das nicht der damen ist ich habe mord gefunden ab dem jahr selber nicht mal ist ja ich knall jetzt den turm weg hier wieder die haben wir doch gekümmt der entscheidend ist wieder geliebt worden ja wohl zu viel zu lange mit dem Kopf mit der Gerd im nächsten Turm wir haben drei Minuten für uns tranken und so wenn die Bruder so haben wir ab abkommst hat mich echt noch verlangsamt ach wollt ihr euch darin verstecken ok ein Trinket ist nicht bereit ja ok jetzt sollte ich mal einen Haltrank nehmen POPPY doch nicht oh die scheiß POPPY die ist so gefeedet hab ich ihn wohl ja ich hab ein Wort frei ich setz mal da drin und dann schau ich gleich ob da ein Wort drin ist na das keiner wo sind sie da ah toll jetzt ist da einer wenn ich noch kurz gewartet hätte da sind sie alle müssen sie aufpassen ah Renga POPPY gefunden alleine äh ok kommt mal läuft weg das ist mir scheinbar egal nein jetzt warten wir mal vielleicht kommt nein er hat nicht gesehen er hat nicht gesehen ach stimmt wenn er mich trifft dann sieht er mich ja kurz geh mal weg ja ok na aber zurück top 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 fuck ach Delisandra ja geh mal zurück ja ist besser sonst kommt der Kochmann auch und Schakko ist auch unterwegs runter runter als Schakko ne ich lauf schneller wie er aber ich nicht dacht du du hast schneller als er ja ich bin zurück wegen dir shit egal äh warum ist denn da ah der Blitz war jetzt fail nein jetzt bin ich das erste mal gestorben naja du hast es verschrieben so wer runter gegangen und nicht dir hinterher dann hätte ich überlebt ja und wäre ich nicht zurück zu dir dann wäre ich wahrscheinlich trotzdem gestorben vermutlich ja jawoll ja aber dafür haben wir den top 5 zerstört boah ich hab schon 18 Assists gell und 5 Kills hehehe von 33 Toten äh äh Tötungen die unser Team hat war ich bei 23 dabei so dann schauen wir mal neu gruppieren hier hmhm ich glaube ich hoffe das hier so mal besser als gar nichts ich hab jetzt dann Schutzengel ist dann richtig nice jup bin ich schon dann passiert sowas wie vorhin gerade nicht mehr oh ja die Lissandra lässt sich wieder doch nicht sie spielt mit ihrem Leben mal wieder ja ich bin auf dem weg ich bin noch nicht da und sie hat 5 10 ja ja 5 1 Achtung das war Renga ne da ist braun hinter ihm ich dachte der läuft hinterher und da ist Kate und da ist Kate Katlin da ist Poppy da ist Poppy ich werde gefickt ja die haben uns ausgespielt jetzt bin ich in die Falle rein jetzt kommt die Poppy zurück ja wir hätten wir nicht auf Poppy sollen doch das war gut bis sie ihr Teil auf mich gesetzt hat danach hätten wir auf jemanden alle auf niemanden sollen aber also auf den gleichen aber jeder von uns ist auf einen anderen gegangen ja hätten die Poppy zuerst hütten sollen ja der Schakole geht gezielt auch auf mich der kleine Bastard aber jetzt fast noch geschafft naja so oder warte warte ich glaube ich kann man es ist nicht bespannen werden es sei ja ich bin schon eine halbe Stunde Noah und Jan ja aber wir sind weiter wenn wir bisher gespielt hätten aufgepasst hätten dann hätten wir den Kampf auch gewonnen wenn Lissandra ein bisschen bis aufgepasst hat ne ja das stimmt auch wieder ich weiß aber ist das auch noch so Lissandra holt sich bot die Minions aber ich glaube es ist einfach die Teamfight Zeit wir sollten eigentlich jetzt einfach alle beieinander bleiben so mal sehen hier im Wort drin nein sollt ich hier setzen nur von mir aus und was machen wir jetzt ne das ist die große Frage warten zumindest die Lissandra ist gleich da so gehen wir mal mit ihr mit das ist keine gute Idee nur schnell Schaden machen und dann abhauen ja das hat dich ja nicht vor ja da da nicht getroffen geh mal da laden und wie er mich nicht kriegt ne du kleine Bastard Chaco wäre top ja wir müssen uns zu ja Chaco kommt ja wir müssen uns zu ja Chaco kommt oh die machen Kogma toll so meine Ulti war ein Fake geht auf Braum geht auf Braum ich gehe auf Braum ok ne Mist die Ulti war ein Fail das war ein wirklicher Fail die Geister oder was ne die das ist ihre passive ich bin Arsch die kriegen wir noch wir sind zu zweit fuck die kriegen wir nicht mehr ne die ist zu schnell ne da scheiß drauf ja mach mal Baron ja helf mir Rengar ja so Sion komm du gleich da ja ok da war kein Wort wir wissen also nicht das wir bei Rom machen außer da hinten war ein Wort das weiß ich nicht perfekt ja ja kann ich mir schon kaufen ne ich brauche noch ein bisschen ich brauche noch doppelte von dem was ich jetzt habe so was machen wir boah mach mal Drache jo mach mal Drache ja mach mal Drache ja Top zu zweit das sind grad mindestens drei mach mal lieber Drache da ist grad keiner hehehe Braum wäre denn das ja den könnten wir dann nachmachen jo so jetzt so lang mal äh oder mach mal Popi brauche Popi äh Popi ist blöd wenn sie das äh unter uns halt singen wieder macht mal lieber Braum der stirbt eindeutig ok der holt ab und da ist irgendwo oh abhahn 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 da sind mehrere die sind von Topps runtergekommen ich lauf da mal rum ey Ketlin wurde getötet jup jup ah nein den hab ich noch gekriegt das ist nämlich mein äh trinket wenn du das vor ausgebaut hast und was du noch für zehn sekunden hast du kannst dann unsichtbare Einheiten entdecken ich hab ihn noch gekriegt hm ach du hast du Bord noch gekriegt den zweiten jup Achtung Jaco wow der Wichser der macht auf von null auf hundert zu schauen wow da drin ist der Jaco gewesen ne der hat sich weggeblinkt bleib mal bei mir ich glaube ich hab jetzt gerade auszusehen einen äh halbtrand genommen ne hast du nicht ne hast du nicht ah da ist er oh ja du hast ihn fast gehabt einfach mal so in die richtung ballern ach der ist da hinten warte ich komm jetzt von hinten warte noch warte noch warte noch ich geh doch drauf nein ach shit na egal ne so dann kommt mir jetzt einen heiltank und das hier ist auch geil so dann halte ich jetzt alles dann war ich nur noch ein Gegenstand äh Lebensgegenstand so also keine Ahnung was das für ein Gegenstand ist ich kenn jetzt nur die deutschen Namen ich hab auch keine Ahnung ich hab auch keine Ahnung welche Gegenstände das jetzt sind hm ich glaube ich helfe euch pushen vielleicht besser hä was was war das da wollte er locken und dann ist er trotzdem gestorben ja mir fällt gerade ein ich muss mein League of Legends Sound langsam mal ein bisschen leise machen soll ich komm mal von hier oben ich komm mal von hier oben äh Schako ahhh verlangsamt oh 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 war nicht unbedingt eine gute Idee ja glaub ach Mist ich hab jetzt zeig ich dass die 4.3 gedrückt Mist ich hab ein Wort gesetzt ja aber du hast wenigstens noch alle gekriegt ahhh das war halt fies egal ja du kannst bitte pushen du kannst bitte die sind alle tot die sind alle tot die sind alle tot ja mit etwas Glück hätte ich vielleicht auch überlebt wenn ich statt der 3 die 4 gedrückt hätte äh halt ich will ja den gar nicht kaufen was da will ich kaufen äh Braum lebt wieder den haben wir zu früh gekillt gehabt aber Sion pusht Bots Rengar pusht Hopp du pusht Mitte äh d so ich möchte es in Schwestern kommen wird so lachen wenn ein geflüßt und die Töte sind für fünf eine gewalt weil ich gerade zu ärgert mehr und tun könnten so eine Zeit ok macht das also sind schon alle achtelassen die Sandro und ich also von unserem Team alles klärchen ja hier ein paar worts so ich bin gleich wieder da ich habe mich ein bisschen verkauft was macht ihr schafften wir versuchen er tut es wird es schock also wir haben ja okay ich hätte vielleicht noch ein bisschen warten sollen sie auch da sein ich hab die Puppe Elisander lebt noch das ist ein Wunder eigentlich wie viel Geld brauche ich eigentlich 1830 brauche ich jetzt noch jetzt könnten wir mal schauen Flickriemann in der Sitzung und ich bin doch nicht geschafft jetzt genau die Tode wie du und die Sander hat fast dreimal so viel wie wir die 13 er bewirkt 2 1 es sei es der besten vier Tode mehr Unterstützung von Kriegmanich die kürtlich mal sehen ich habe die meisten Assists die 28 Stück danach kommst du mit 15 ja vier halt weg hey der andere lebt immer noch der Cockpit keine Ahnung wie mich der Schakowolt so ich bleibe jetzt bei dir die Elisander ist scheiße die ist kein Tank ja und die macht scheiße Sachen die haben dann Mensch entschuldigt sie mit einem Angriff warum ist das wenn sie jetzt nicht gemacht hätte die Gegner leben alle hey wir könnten wieder barren ja jetzt legen sie noch alle nee wir legen eine Rolle vielleicht wenn wir sie dann nochmal gekillt haben so mhm fuck unten Poppy da kämpft Renga mit ihr und an unserem Turm ok Renga ist auch gestorben fuck oh Gott sei Dank da habe ich noch ein Hit gelandet ey der ist genau auf Schakow gegangen der Schakow war richtig fick ja das passt schon verdammt verdammt werden die doch langsam ein bisschen stark ja ja ich bin hier doch blöd ich habe das noch nicht umgesetzt besser in dieser anderen Kettlinge jetzt gehen sie doch braun ich habe es sogar auf Band ja doppeltöte so jetzt wird es aber übermütig ja jetzt auch wieder der Poppy hinterher rennt äh na kochenmeißes oh Mist unser Bottle wird von dem Millions gepusht ja da laufe ich dann gleich hin mhm ja da läuft Renga schon hin dann passt sie na Poppy lebt wieder was macht nisandra ja die will sich mit Poppy anlegen das ist nie gut nee die wollte nur ein bisschen scharf nein die sei drauf jetzt wenn sie nicht mehr zurückgelaufen wäre dann hätte es vielleicht noch überleben können nö das ist Wahnsinn mhm hm 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 ich geh mal zum Baron und schau nach Worts gell ja der besetzt sich auch mal ein paar Worts so ja Baron ist noch da äh es ist nichts geworden hier ja 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 wir machen eh nicht ja das kommt mal ja wie schnell konnte das auf einmal machen einmal pro alle 0,7 Sekunden oder so aber jedes mal benutzt er ich weiß was noch 40 ich kenn Koke mal schon länger wie du also ja weiß ich nicht mit dem habe ich sogar eine Aufnahme in Arum ein penta gemacht naja ok da ist er nicht boah ist der fiese hat sich aus meiner ulti rausgeportet ich hab sie du bleibst hier da geblieben jetzt habe ich leider nichts mehr und da blitzt wunders Baron äh also mit kleiner so ne wir haben noch Koke geholt ach wir pushen durch glaube ich wollte sie durch pushen ich weiß auch nicht ich hab so wenig Leben ja äh dann komm ich halt da her machen wir halt nicht Baron es wär zwar eigentlich jetzt perfekt aber naja ich schau mal vielleicht überlebe ich noch ein bisschen ne die Pop überlebe ich nicht die macht einen Hit ich bin tot auf den da das ist der falsche App ich hoppe aber ab da ist er komm können ich hab ihn vorgelegt nein nein jetzt hat was ist diese blöde Ding da so ich hab fast keine Mana mehr ja ich hab 2800 Gold und kann mir nichts mehr treffen dann köst du noch 50 Sekunden tot du auch du auch oh wenn ich jetzt zurückgehen würde dann könnte ich mir alles tauschen was machst du was machst du was machst du ich hab ich fling gekickt ich hab kein Mana mehr ja jetzt seid ihr tot das hätte Lissandra nicht machen sollen ich geh nach rechts und versuche sei an das Leben nö sein ich glaub irgendwo ein Busch rein oder so ja die kommen mir wahrscheinlich jetzt da entgegen deswegen renne ich jetzt ganz außen rum ja ich hoffe so nee nicht mal die sind wahrscheinlich davon ausgegangen dass du schon weg bist ja also hab ich halt nochmal überlegt finde ich auch nicht schlecht und jetzt kann ich mir alles kaufen ne dann mach mal ich wort auf dich so alles gekauft mehr geht nicht hast auch Tränke gekauft ja alles absolut alles absolut alles also ich komme jetzt echt gar nicht so war weil ich könnte dir gerne 700 Gold schenken wenn ich wüsste wie ich könnte dir 2300 Gold schenken das ist auch alles ja so dann machen wir es doch mal fertig oder so gehen wir mal hier rein oder warten ja mal schauen hm hier ist kein Wort wow nicht mehr aus Versehen nicht mehr aus Versehen ja ich glaub die wollen kann es sein dass die Baron machen wie der mal auf mich geht nein die macht keinen Baron wir hätten voll Baron machen sollen ganz ehrlich was wir hätten voll ehrlich Baron machen sollen ja egal was hat uns vorher der Baron gebracht nix weil keiner irgendwie in den Kampf gegangen ist ja ich glaube ich hab Fettling gefunden fuck die Puppe geht doch nicht ja fuck da bin ich nicht geschält in den Kampf reingekommen ne ich hab irgendjemand als Schakowas glaub ich den nicht gefunden hab ja keine Ahnung ja lassen wir es lassen wir es Raum ich habe gleich braum habe ich doch nicht und hier ein wort drin ja die anderen wort drin achtung das poppy ja wenn wir sie wo ist sie wo ist sie von oben der braum ja ich glaube wieder außen rum ich da dein schild schützt dich sterben tust du trotzdem jetzt jetzt baron jetzt baron auch lustig da ist ein wort die genau so so wie der kopf war immer auf mich zuerst geht das muss ja wirklich cool oh was ich den Schadenring gerätselt hab hier hast du jetzt auch Baron und alle ist... ah ich hab keine Tränke mehr ich hab alles wirklich alles Schutzengel Tränke Deine Tränke sind auch schon ab oder? Deine Tränke sind auch schon ausgelaufen meine auch Stimmt leider dann holen wir uns mal super mit uns jetzt trau dich her verlangsam Gucken wir uns Bots oh nein da kommt das Sion wir pushen noch ein bisschen also mach oder das war mal... ach scheiße äh das wollte ich jetzt eigentlich nicht ja ich wollte es denn tot ja was machst du? ich hab 4000 gold man 2000 ja wenigstens haben wir Super Minions ach ich kann mir die Tränke noch nicht hoffen weil ich noch tot bin ich wollte auch versuchen ob das geht aber es geht nicht es geht nicht ein bisschen und sterben nicht dabei naja die Sandra ist wieder dabei zu sterben naja die Sandra ist wieder dabei zu sterben ja aber die Sandra muss auch nicht jeden Fight on nehmen ne ja so sonst kann ich nichts kaufen zack und dahin sind wir Alter schau dir mal mein Leben an ich sehe es nicht wie bei Austin ja äh klick mich halt links an da kannst du das Champion Fenster naja 5.300 ja und jetzt schaut er noch mal Rüstung und Magieristenz an mit Schildern äh äh ah ok ja ok jetzt ist schon vorbei 300 Rüstungen und 200 Magieristenz 5000 Leben das ist echt krass oder? Gott das ist echt scheiße da kommt man es hin und muss eigentlich immer nur sein Ulti aber er trifft mich nicht ey voller Scharfschützenmodus hier guck auf geh raus geh raus ok geh raus wieso geh die denn nicht raus? komm schon die Catelyn kriegs auch? ne ok das war jetzt scheiße 3 für einen sag doch geh zu raus ja ah da ist äh Paco noch tot hab ich hier nixens nur ein Assiest bekommen als bin ich so ewig wieder tot das nervt irgendwie voll ey ja da kann man wirklich nichts machen als äh zuschauen ja ja da bin ich gespannt die hat das Talent zu sterben der killt die pusht durch und zu allen kümmert sich um Poppy ja ja die haut in der killt die die haut jetzt ab ja 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 die hat mich verlangsamt mit irgendwas ja die Beschwerer hat die so ja ok äh ja ja Alessandra die pusht jetzt einen Top-Turm durch ja Top-Turm die anderen können nichts machen die sind noch mindestens die Sekunden tot die anderen können nichts machen die sind noch mindestens die Sekunden tot ja dafür wurde unser Bot in Hiduitur zerstört ok jetzt haben wir zwei innere Türme zerstört ok wie einem bei uns Baron lebt in zwei Minuten wieder so warten wir mal hier in den Busch so willst du hier warten? ich würd sagen warte mal hier ja auf geht's ich will ihn sehen Renga da hab ich auch gerade gemacht hat er sich eigentlich schon das bessere gekauft äh ach nee der Renga hat ja das andere Knochenzahnhaltskette genau Choco ist Top ahja ich hab die Kältlin lauf und lauf jetzt kannst du fuck jetzt kannst du den Schaden machen ich muss aber weg ok dann geh weg jetzt andere ist da hab ich sie noch geümmischt ok Renga ist bei uns in der Basis pushen wir durch ja das machen wir jetzt fertig oh scheiße ich muss zurück ich muss zurück macht fertig so jetzt haben wir jetzt haben wir sicher so schnell ist der Choco nicht ok ich versuch so viel wie möglich äh und wir haben gewonnen jawohl ach gut wow das war ein richtig äh spannendes Spiel zum schluss haben wir nicht mehr so viel gelabert weil man richtig gebannt eigentlich auch das war echt ein tolles Spiel ja gut dass wir es aufgenommen haben ja wir haben es eigentlich nur wegen der Aufnahme gespielt ja gut stimmt ich wollte die aufnehmen ja wie wir schon gesagt haben wir sind einfach ein gutes Team ja ja äh genau demnächst will ich auch ein paar mehr machen mal schauen ob ich es diesmal einhalten kann ein anderes Let's Play kommt ja auch noch aber das sehen wir dann dann würde ich sagen äh sehen wir uns beim nächsten Mal tschüssi jo